So Leute, heute zeige ich euch die Ars-Wahl und dazu habe ich mir auch noch ein paar Detailments dazu gekauft, den Red Aimerinder, den ausgewogenen Schaft, das Kassettenmagazin und den Distanzlauf. Die Ars-Wahl würde ich nur mit Kassettenmagazin empfehlen, weil sonst seid ihr ständig am Nachladen und das ist echt richtig blöd. So, dann Kits, habe ich mir das gekauft und das gekauft und das und deswegen habe ich auch etwas mehr Waffen, aber naja, kann sich halt nicht jeder leisten. Ähm, dann bis gleich, ich gehe jetzt in ein Spiel und ich spiele die Ars-Wahl. Also, ich spiele die Ars-Wahl, ich spiele die Ars-Wahl. Ich spiele mich genau, nur die Red Aimer-Wahl ist natürlich besser. Also, nicht ich, sondern die Ars-Wahl. Ich spiele sie. Ich spiele schnell. Und werde ich versionnet. Ich spiele die Ars-Wahl. Ich spiele auch das, collaborating CCPX bull. Aber ich spiele. Und persönlich, ich spiele. 그림 ist immer noch drin. Aber ich sch reparle beim Chatzenhaus. Ich spiele ich sie, was ich sch игры. . 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 Enemy infantry spotted! Enemy infantry spotted! I got a look at an enemy sniper, over. Enemy infantry spotted! Let's use that charge! Enemy infantry spotted! Enemy infantry spotted! Enemy infantry spotted! Enemy infantry spotted! Naked! Let's grab the jonkaákotourmkantes! Bye.